jo was geht ab mal zu einer neuen folge bei wir schauen heute selbstverständlich wir versuchen das hier also schnell wie möglich zu machen auf h bar wollen den kollegen auseinandernehmen ja es war news aber wir werden auch wieder erkennen dass vieles hat sich an strukturen und zonen hält des weiteren wer noch bock hat mitzumachen nutzt gerne den link in der beschreibung für unser pionix event ich knack den ersten platz einfach nicht für future trading volumen macht auch boxe so ein bisschen dieses gegeneinander antreten könnt euch auch die bots angucken gibt es eine menge zu finden und noch rabatte deswegen gerne mal den link in der beschreibung auschecken und mitmachen und jetzt gehen wir aber rein hier sieht man auch schon wir hatten wochen schad also wir hatten natürlich auf dem schirm hier sehen wir das große pullback level von dem kollegen wenn wir uns das hier anschauen wir die gesamte bewegung haben wir von hier aus unser pullback level hat mir hier ans heil gepackt soll ein bisschen unsauber aber sehen hier auch schon der trend wir kamen rein haben gesagt okay das ist eine einkaufszone das hat mir zum beispiel auch im discord so hat sich ewig nicht bewegt weil auch mit dem mit dem dampf von btc sind wir genau in die zone reingelaufen jetzt hat sich der bruder da drin gehalten und ja klar sowas passiert dann natürlich durch news getrieben aber im endeffekt news sind halt dann die beschleunigung wie damals auch bei xrp aber im endeffekt ist er ja eine einkaufszone wer den wochenausblick geschaut hat oder auch in den live streams ist weiß ja dass im moment vieles in einkaufszonen war oder ist und dort schon viele bewegungen machen und das hier war jetzt halt nur noch ein schönes zu brot von dem guten bruder h bar dass er halt gas gegeben hat und was ich auch wieder verblüffend finde wie genau der in seine pullback zone läuft werden hier unser erstes ziel der rent rein der kollege und wird der 22 prozent zurück gedrückt das ist halt krass hier also dieses pullback level entstand durch dieses hier da sieht man auch so da sieht man auch genau woher unsere zone war wir haben hier drauf gewartet dass er hier rein läuft das heißt hier war die zone für die gewinnmitnahme und der markt hat immer recht aber wenn der markt uns recht gibt dass diese zone interessant ist dann wird er darauf reagieren und das hat der gute kollege hat auch gemacht der rent rein und wird direkt 20 prozent zurückgedrückt jetzt ist natürlich die frage was machen wir mit dem jetzt wir warten also dass wir wir bekommen ja keine form wir sind der rationale händler wir sagen okay das war jetzt news getrieben schauen wir mal die wochenkerze wird schon wieder unter das weekly high gedrückt tageschart mal schauen also das ist für uns jetzt kein grund da hürdenlos rein zu geben sondern wir warten natürlich erste einkaufszone hier sieht man auch wie lange der sich hier drin gehalten hat nach diesen dampf wie bei vielen der der hat sich fast zehn tage fast zehn tage genau in dieser zone gehalten und ist dann erst ausgebrochen das heißt wie bei den anderen coins hat er die zone gespielt er hat also glück dass jetzt news kam und hat ihn dann beschleunigt das ist dann halt der einzige unterschied aber vom prinzip her bleibt alles das gleiche wir können jetzt natürlich wieder schauen also nur um auch den leuten die fomo zu nehmen wohin er wieder korrigieren könnte wenn wir jetzt sagen okay das hier wäre wieder ein interessantes level so machen also da könnt ihr schon wieder reinlaufen dass wir jetzt wieder 20 prozent noch mal runter man muss den zeit natürlich beruhigen jetzt öffnen die märkte das war gestern abend vielleicht werden da noch welche rein hüpfen und dann wieder für volumen sorgen aber für uns ist ja wichtig dass wir nichts überstürzen und werde mitgenommen hat wer drin war bon chance super schönes ding aber wir lassen uns natürlich nicht von emotionen leiten deswegen ist es uns jetzt egal wir setzen hier unten alarm drauf so und wenn er da wieder hin kommt und dann wieder was gibt dann kann man die wieder kaufen aber vorher halt nicht können uns den auch noch mal werden hier auch so anschauen die nächste ziel zone für ihn die dann wieder interessant ist das ist nämlich weil er es halt auch noch nicht gemacht hat die korrektur seines gesamten abverkauf ist hatten wir zum beispiel auch die zone so bei solana gefunden das ist diese zune also moment so wenn es gibt einen abverkauf ist haben wir hier das pullback level wo wir als nächstes reinlaufen können können also als nächstes irgendwann also das hier ist für mich eine komplette bewegung die haben wir jetzt bestätigt und abgearbeitet das bedeutet dadurch dass wir es jetzt erledigt haben sind solche kerzen natürlich immer schön zum profite nehmen wir nehmen gewinne in den damms wir kaufen in dem wir nehmen gewinne in den pams und kaufen in den damms so ist es korrekt und und so haben wir das halt auch das heißt jetzt gewinne nehmen kollegen laufen lassen juckt uns alles nicht vielleicht wieder einkaufen wenn er uns die möglichkeit gibt denn das schöne ist dadurch dass wir einmal reingespikt sind vielleicht auch nur recht zaghaft haben wir die möglichkeit beim nächsten anlauf dann halt darüber zu laufen oder oder dann vielleicht das nächste level hier an zu rennen also dieses high fände ich dann wieder interessant wäre dann wieder fast nichts zwei und das sind dann diese level die dann wieder für uns entscheidend sind dass wir sagen okay ab diesem high dann wird es hier ein bisschen unsauber daher auch wieder dieses pullback level würde mit diesem block hier zusammenspielen wäre auch wieder ein interessantes level also danach würden wir uns jetzt richten wir behalten erstmal die füße still wer bock hat zu joinen natürlich swissfox.com gerne auschecken da machen wir sowas immer und ansonsten wünsche ich allen einen schönen start in den tag und wir hören uns selbstverständlich also bis dahin peace